Fener ist ein Stadtviertel im Stadtteil fattig der türkischen Stadt Istanbul. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 zog die Oberschicht der griechischen Bevölkerung in das Viertel Fener. Da auch der ökumenische Patriarch von Konstantinopel in diesen Stadtbezirk zog, wird auch die Leitung des Patriarchats als Fana bezeichnet. Um 1600 erhob der damalige Patriarch Matthäus II. von Konstantinopel die damals zu einer Klosteranlage gehörende Georgskirche zur Kathedrale des ökumenischen Patriarchates. Im Stadtviertel befinden sich auch die bulgarisch-orthodoxe Kirche Sankt Stephan sowie das griechische Fener-Kolleg, in dem nicht nur der Nachwuchs der griechischen und bulgarischen Fanarioten ausgebildet wurde. In den letzten Jahren ist Fener vor allem zum Wohngebiet ärmere Einwanderer aus Anatolien geworden und daher auch ein Zentrum des orthodoxen, sunnitischen Islam, Fanarioten. Unter der Bezeichnung Fanarioten versteht man insbesondere in den Ländern des ehemaligen Osmanischen Reichs auf dem Balkan einen kleinen Kreis wohlhabender und politisch einflussreicher byzantinischer Adelsfamilien, die im Osmanischen Reich des 17. und 18. Jahrhunderts die Oberschicht in Fener bildeten. Zwischen 1711 und 1821 wurden Fanarioten durch den Sultan zu Gospodarin der Wallachai und Moldawiens ernannt, übernahmen wichtige Posten in Armee und Regierung und wurden zum Teil in europäischen Ländern als Botschafter tätig. Einige Fanarioten hatten in den 1820er Jahren Anteil an den griechischen Freiheitskämpfen. 1721 In den Musicin 1721 Hatte Inst